Herzlich Willkommen Leute in der neue Runde Rainbow Six Siege. Heute mit Kuhn, Randbeck, Fleisch, Sachse und Alex. Bei den vier Hatern. So sieht es nämlich aus. Sachse Stammkneipe. Hm. Ist das jetzt ein MG? Das ist der Sachse mit seinen vier Rechnern allein am Tisch. Er ist alle vier Hater in einem. Immer wenn ihr einen Hate-Kommentar von einem bekommt, sind die anderen drei auch da so, immer mit einer Minute versetzt. Copy paste, mysteriös. Er muss halt nur umlocken. So. Schöne Map. Zumindest eine gute Map. Einer der Besten, finde ich. Ja. So wie einer der Besten. Ja, auch den Strip-Club, den könnten sie eigentlich rausnehmen, finde ich. Na, den könnten sie rausfetschen, ja. Sehr nett, das man da überhaupt hat, oder? Ich finde es auch unglaublich scheiße zu spielen. Also Strip-Club finde ich hier mit das Gebäude einfach weg. Keller können sie auch rausentlegt. Oh nein. Am besten nur eine Etage haben. Ein Raum. Ein Raum, nur alle Wände aufsprechbar von allen Seiten. Wir haben nur einen gesehen bis jetzt. Okay. Gesehen nicht, aber gescannt. Die Valkyrie ist auch von einer. Bei Sachse One-Steps. In der Garage wird einer oben sein. Ja, Mira, okay. Wie gesagt, in der Garage wird oben einer sein. Man hat bei Sachse gehört. Türen aufpassen. Tür ist noch zu. Ich mach's einfach zu, Schatz, aber noch einer. Wir müssen auf jeden Fall Garage mit rein. Und? Siehst du was oben? Nee, ich hatte geguckt. Nee. Nichts drin? Nee, ich hab's. Nee, er kann doch liegen. Ich will auf jeden Fall unten, da kommt jetzt eine hingerannt. Die Kamera, die hat da Black-Eye dran gemacht. Black-Eye. Oben wissen wir natürlich nicht, ne? Aber hört sich nicht. Garage, wie gesagt, das ist so auf die Schnelle definitiv nicht. Nein. Guck mal, da ist was. Über der Tür hängt was? Ich bin ja gar nicht echt. Äh, hängt Black-Eye da unten. Ja, genau. Da, wo ich die markiert habe, die hat das da, wenn du durch den Bohrbogen reingehst. Ja, ich weiß. Da oben klemmst. Wenn wir jetzt alle hier durchgehen wissen, wie wir kommen, die haben da ein Mira-Fenster, ne? Ja, Mira-Fenster, ja. Äh. Ansonsten wäre noch durch die Bar möglich, oder? Von oben. Hinter Mira-Fenster ist noch einer. Ich geh mal nicht davor. Oh, ey. Wie lange braucht denn zum Nachladen? Ah, hinter Mira-Fenster haben wir noch. Drei, zwei Leute, drei Leute auf jeden Fall im Raum drin. In der Kirche kommen sich drei. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne, ich denk hier grad hier oben lang zu gehen, durch die Bar gleich. Du bist da sogar noch schon drin? Ne. Ich check, check lieber noch grad noch mal die Zwischenräume. Ich bin leer. Oh, der Bar kommt, oh, da kommt jemand angekrochen. Hat ein Hit von mir passiert. Immer noch links in der Ecke. Ist die in der Bar selbst drin? Ja. Äh, sagste, hinter dir, direkt. Der ist low. Ja, das war der. Das war der. Sehr schön. Das war die arrogant in Person. Du kannst es nicht kaputt machen mit dem Ding? Anscheinend nicht. Und der Hektar ist irgendwas? Ich bin in die Beize drin, krieg da rum beim Eurotisch. Da ist ein C4 da unten. Ja. Wenn du hier runter springst, ist das ein C4 direkt. Wir könnten das in der Bar aufmachen, aber das ist aber ich mein... Was? Ne, das ist was anderes. Das ist ein C4. Das ist ein Objekt, was da ist. Ich hacke. Wir haben noch 50. Fangen raus. Nein! Das ist das Handy ein... Also auf jeden Fall... Lol. Ja, ich bin drin. Das ist ja gar nichts mehr. Das ist ja nicht der Plan. Wir sind hier noch ein Blub zu lenken. Ruf an. Dort angerufen. Der verbleibender Gegner. Wir sind schon alle drinne. Linker Raum. Also... Ah! Oh! Das war nicht übel! Wieso haben die eigentlich nicht mehr da gedeppt auf einmal? Vielleicht weil ich da die Wand aufgesprengt hab? Dass sie halt nicht mehr durchgucken konnten? Ja, merkwürdige Winkel. Ich hab ja nicht mehr hingeguckt. Also total random einfach. Einfach weggerannt. Spielzeit runter, ja. Hatten wir Angst. Angst. Die Axt Angst. Was denn hier heute rein ist? Die Flashbangs von Sophie da sind schon superhaft. Der Granatflash-Dings? Ja. Vier Stück. Schnell hintereinander. Die du abknüpfeuern kannst. Alter, so gut wie kein Delay da drinne. Da kannst du ja alle vier mit dem mal rausrotzen. Ja, aber alle vier auf einmal. Das wäre auch ein bisschen übertrieben. Ach so. Ich krieg ein Bio-Garage. Ja, schon. Ja, Operator dafür genommen. Jetzt können wir eins nach draußen machen. Hm. Kann sein, dass wir's verlieren tatsächlich oben. Und das will ich denken. Ach kacke. Wenn man das hier ran macht, kann man's von da auch machen. Eine Wand fehlt oben noch. Garage, ne? Ich habe nix mehr. Fünf Sekunden noch. Die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahrgut behält. Was? Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut behält. Was? Ich sehe ja noch eine Wand-Gase. Na aber Gott, ich könnte noch. Oben auch noch oder? Ne, oben nicht. Kann sein, dass ich jetzt ruht, wenn wir nicht hochklettern. Ja. Wir haben da die Rückfahrt aufgesprengt. Aber da kommt sogar einer. Guck mal, sagst du. So, lass mal überlegen. Wir waren den rechts auf, den links nicht aufmachen, bitte. Na? Sind die oben? Da, 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 da. Oh, shit. Fire. Blitz ist nach oben. Ja, ja. Hier. Da ist der. Ist down. Ja. Ja, ja, ja. Einen anderen ist auch gedowned. Wir haben Smoke geworfen. Daxi, geh mal weg. Ich sehe nicht. Das ist auch Smoke. Oh Gott, unten ist was. Minimal Risky. Wo ist unten? Ach, da hat mein gedowned und getötet. Nein, ich habe meinen gedowned und getötet. Nein, ich habe meinen gedowned und getötet. Ja. Ich habe auch einen gedowned da oben. Oh Gott, unten ist einer irgendwo. Du als erstes warst. Ja, so quer rechts. Da. Wo ist mein gedowned? Ah, Leute, der lag da noch. Da war es noch einer. Ja, das war dann der hier unten. Genau. Da kann man vielleicht ein bisschen. What that? Ja, von rechts außen. Also in den Raum da du links dann halt noch. Oben? Oben. Ja, von Doppel. Ja, von Doppel. Bleibt ihr denn? What the fuck? Leute, der Doppel ist für mich noch zu. Ich kann ja nicht durchschießen. Also er ist offen, aber ich kann nicht durchschießen. Hey, jetzt geht es wieder. Wieso ging es da eben nicht? Weil du gegen das Fenster geschossen hast, glaube ich. Nein. Die Abflüsse, Abpraller waren da oben im Himmel. Hast du vielleicht noch was getroffen? Da habe ich es getestet einmal. Vielleicht hast du die Stange dahinter getroffen oder so. Diese kleine Stange da. Sehr schön, Leute. Wie heißt die? Ah, sagst du, lass mir die Olle mal. Ach. Dann nehme ich halt die Süße. Die Süße. Die Süße. Die Süße. Die Süße. Was? Kein Zermals? Bräuchten wir noch, ja. Ja. Ungeschämt. Ich habe gar nicht aufgefasst, dass wir ihn dieses Mal nicht hatten. Keinen nützlichen McFly. Nee, diesmal Twitch. Ich mache alle Fallen kaputt. Weh, ist noch eine da. Weh, ist noch eine da. Okay, er hat gerade einmal alle Fallen kaputt. Also auch Traps. Alle. Aber auch die Bärenfalle. Vor allem, ja. Schade, dass die Drohnen die Bärenfalle nicht auslösen. Das wäre echt schlecht. Wäre halt logisch, wenn so eine Drohne überfährt. Die Bärenfalle funktioniert ja mit Gewicht. Genau, die Drohne wiegt ja zu wenig. Die wiegt ja auch nur ein halbes Kilo, so groß wie die ist. Ja, ein halbes Kilo wird nicht reich, um eine Bärenfalle zu aktivieren. Um so eine kleine Maulaufwand. Um so eine kleine Maulaufwand. Und ein Keller auf jeden Fall. Und ein Keller auf jeden Fall. Oh, ein Vigil. Und ein... Keller auf jeden Fall. Ja, da wo sie gerade waren. Ja, da wo sie gerade waren. Wir Giel, stimmt. Ja, ja. Ja, Vigil haben sie. Was hab ich denn grad gescannt? Ist ja lustig. Hier fehlt aber noch einer. Ja, Vigil bleibt oben wahrscheinlich. Wir würden uns drohen können, oder? Also Nira fehlt noch. Da ist Nira. Der ist immer nach oben. Ja, ich hab den gerade in der... An der Küche. Also ich würde mal auf Plätze spekulieren. Na, der ist da. Halt irgendwo. Spekulatius. Die Zeiten sind vorbei. Spekulatius geht immer. Naja, sie werden doch nicht... Das Fenster ist bei mir doch komplett zu, ne? Ich weiß noch nicht, ob ich's getroffen hab. Ich hab durch die Holzkisten geschossen. Achso. Also in der Küche seh ich keinen. Ich hab auch nicht dieses gekrisselt. Das ist halt im Gang. Oder ist runtergerandelt inzwischen, ne? In dem Gang seh ich auch hier gekrisselt. Ne, seh ich auch nicht mehr. Dann ist er runter. Irgendwie braucht's ja trotzdem noch. Oder oben. So. Eine Mira fest, da was? Ja. Du checkst irgendwo. Geh ich mal runter. Da war einer, ist angeschossen, glaube ich. Um zu decken, dauert halt noch 100 Jahre. Wir haben hier Mira. Ja, ist angeschossen. Wir stehen an der Garage. Darum könnte es safe sein, soweit ich sehen hab. Wir stehen, glaube ich, war in der Garage. Ich hab grad Steps gehört da. Da. Da Garage. Das ist jetzt in dem Vorraum da. Hat sich anscheinend den kompletten Tunnel zurückgezogen und zugemacht. Guck dir an. Du hast noch Drohne? Ja, und da liegt nur so ein Pömpel im Tunnel. Ganz am Ende vor der Tür links. Das war ich. Achso, da bist du. Wunderbar. Haben wir eins im Aufmachen? Ja, eins am Ende links. Ich kann auch. Ach ne, soll ich gehen hier auf. Ich bin Lucke. Die verstärkte Lucke dahinten. Gedenken. Lucke. Wie ist da aus, Alex? Ich seh den Pümpel leider nicht. Links vor der Tür, da liegt so ne Holzpalette. Keine Ahnung, ob ich hingeschossen hab, nichts getroffen. Ich hab sie. Der Rucht geleuchtet sogar. Was schön. Der kommt einer Hauptschul in Sachse. Ja, man hört's. Dann hat er ein Geräusch gehört. Das war ein Telefon, oder? Ja, ihr hinten ist irgendwo ein Telefon. In der Hand und der Mauer. unten links also wenn ihr unten reingeht linke seite so gesehen von welcher seite und ja wenn ihr unten reingeht durch den tunnel linke seite linke seine das ist da menschen gegner ja kann ihn leider nicht treffen ich bin zu blöd dafür ich glaube der achtet ziemlich auf mich hier ist auch einer unter mir streben bis auf dem weg zur garage ich bin sogar ich habe und gut reingeflasht einer ist an den ersten beiden kisten liegt ganz hinten ganz hinten durch rechts noch kunden dran waffenschrank und links immer noch der waffenschrank oh scheiße dort noch mal angerufen ist angerufen oh nein wer lag da denn wo war er mich erschossen keine ahnung hinter der das ist noch in oder ja 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 das hat niedergeschossen ich hatte halt jetzt noch auf den zweden geachtet deswegen vielleicht sagt einfach nicht an wo der gegner ist ich habe es echt nicht gesehen hier läuft der sieht ja ganz anders oder nicht ja die kam aber leider erst für das zurücker hat und das war hinter stadt entgegen hat zu der wand geguckt keine ahnung oder war er stand so hinter puppen die vier hater die laufen ich hoffe es hat euch gefallen leute gerne like da lassen bei den anderen vorbeischauen bis zum nächsten mal was geht tschau du bist bis zum nächsten mal was